Es geht, ähm, ich wollte mal mit dir quatschen und zwar hatten wir jetzt echt eine coole Zeit zusammen und du bist auch wirklich zu 100% mein Time und, ähm, hat nicht Spaß gemacht alles mit dir, aber ich hab so das Gefühl, dass der Vibe, den wir am Anfang hatten, nicht mehr der gleiche ist und ich muss mich jetzt einfach auf mich selber konzentrieren. Ich hoffe, dass du dafür verständnisst. Sie sagt, ich bin cute, aber in mir zu viel Wut, weil die Polizei missfut, bin auf der Straße und schuze. Für sie trete ich rum, wenn du mehr es guckst, jede Nacht du wachst, wie er freckst du zu. Für mich ist es geil, wenn du denkst du, wäre gerne normal, doch ich weiß nicht.